Howdy, ich wurde von Mr. Scotty zum mein persönlicher Filmfragentech, oder wie der auch immer heißt, nummeriert. Frage 1. Erste Filmerinnerung? Ich glaube es war Wall-Eat. Fragt mich bitte nicht, warum diese Höhle so komisch aussieht. Ich hatte den wohl im Mond, keine Ahnung. Ich kenne das Andy, aber ich habe ihn mir nie zu Andy angeguckt, weil ich glaube ich hatte einfach ein bisschen Angst vor den Menschen gehabt, weil die so ein bisschen fett waren. Was ja eigentlich keinen Sinn ergibt, weil mein Mutter ist ja auch übergewichtig, aber okay. Keine Ahnung, ich war also ein kleines Kind. Frage 2. Erster Lieblingsfilm? Ja, da gibt es ja nur einen. Na, oder? Na gut schon mehrere, aber ich setz mal der Erste. Sanko! Also hier der Allererste von Second Jersey mit Frank Zanero. Ja. Ein tunlich vergessener Film? Also Frage 3. Und warum? Ist wahrscheinlich vergessen, aber ist ein bisschen zu schlecht gewertet, würde ich mal sagen. Äh, Entfernung. Äh, den mit Fandamen. Aber ich glaube bei seinen Fans ist der Film jetzt auch nicht ganz so hoch im Kurs, was sehr sate ist. Frage 4. Welcher Film sollte niemals eine Fortsetzung oder Reboot bekommen? Phantomkommando. Na gut, gefühlt jeder Schwarzenegger Film sollte kein Reboot bekommen. Was ja bei Terminator, ähm, zu Terminator gab es ja ziemlich viele Fortsetzungen. Die waren ja aber zumindest teilweise gut. Frage 5. Ähm, dein erster Film, den du heimlich geguckt hast. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich heimlich war. Es war eher an der Sons und der Tempel des Todes. Ich habe halt eben das Lego Spiel gespielt. Und daher wusste ich ja, was kommt. Aber meine Mutter, sie wusste natürlich nicht welcher Film das genau war. Äh, wollte ich halt das nicht. Weil man hat halt am Anfang eine Maschenpanik. Hier das hier in diesem japanischen Hotel da. Da gab es so hier eine Maschenpanik, weil da bin irgendwer hier Kusa herumgeballt. Und daher wollte meine Mutter, die das ausmachen. Aber vielleicht war es auch besser so, weil später wird ja im Film beim lebendigen Leibe jemandem das Herz rausgerissen. Frage 6. Bei welchem Film musst du weinen? Das ist ganz klar, der Drill macht. Von Anfang an bis zum Ende musste ich weinen. Es ging einfach nicht anders. Frage 7. Bei welchen Film hast du mehrfach begonnen, aber noch nie zu Ende geguckt? Castaway. Also ich hatte den mal versucht auf RTL 2 zu googeln. Da habe ich glaube ich tatsächlich nur die ersten 5 Minuten gesehen. Und dann habe ich ausgemacht. Und ja, irgendwann hat er mir den gekauft. Und da weiß ich nicht. Ist noch nicht dazu gekommen. Frage 8. Welchen Film füllt ihr bis heute in einer anständigen VÖ? Also zuerst mal, das ist es allgemein gemein. Da sollte man den Film, der Sieb vom Mord und Totschlag mit Frank Jonero und Annie Quinn endlich mal herausbringen. Den gibt es bei uns nur auf VHS. Und das habe ich nicht. Das will auch nicht. Frage 9. Bei welchem Film würdest du gerne mal in einer Szene mitspielen? Es ist nicht Sango, sondern Episode 3 von Star Wars. Ich würde nämlich bei dieser ganz ganz kurzen Szene, wo man das Sternenkorr sehen kann und Aayla Situ. Aber ich würde jetzt nicht sie erschießen, sondern ich würde an ihr vorbei erschießen, weil man erschießt ja keine schöne Frau. Frage 10. Wie wird sich in den nächsten 20 Jahren diese Filmslandschaft verändern? Das kann ich natürlich vorher voraussagen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es in den nächsten 20 Jahren noch DVD, Blu-ray und auch noch 4K geben wird. Da bin ich mir schon sicher. Streaming wird wahrscheinlich noch weiter existieren und das Kino wahrscheinlich auch. Ob die Filme dann besser werden, weiß ich aber nicht. Ich nummisiere Kaffee mit Sassi. Ich hoffe euch hat dieser Tag gefallen. Bis dann.